Ja, schönen guten Morgen meine lieben Freunde, guten Morgen ist gut gesagt, es ist 13 Uhr genau. Ich bin wieder unterwegs zu einer Hochzeit, jemand denkt, ich nehme euch heute einmal mit und zeige euch, wie das funktioniert. Ja, ich bin gerade unterwegs zur Location, ich habe im Vorfeld schon ein paar Fotos bekommen vom Saal, um den natürlich optimal beleuchten und beschallen zu können. Hinten in meinem Tourbus ist die Technik schon verladen und ja, ich bin dann in Kürze da und dann geht es los mit dem Aufbauen. Ja, die Sonne bleibt schon ein bisschen her, im Hintergrund ist die Kirche, wo Braut und Bräutigam gerade die kirchliche Trauung haben. Die Agape ist schon vorbereitet, die befindet sich heute hier dahinten, ist schon aufgebaut, sieht man die kleine Box, das passt ja ganz gut, da werden sich die Gäste nachher einfinden und dann geht es weiter zur Tafel. So, Soundcheck abgeschlossen, das Licht steht, der Ton steht, die Kölnerin ist schon nervös. Nein, sie ist nicht nervös, sie macht das alles perfekt. Wir haben alles perfekt eingeleuchtet natürlich und wir warten auf unsere Gäste. Ja, Hintergrundmusik läuft schon im Saal, die Gäste sind gerade beim Essen. Wie man denkt, ich schmeiße mich nochmal ein bisschen um in meinen Tourbus und dann wird der Eröffnungstanz in Kürze starten und dann geht es so richtig los und da gefreien wir uns schon. Ja, meine Lieben, wir haben jetzt den Eröffnungstanz. Unsere Braut und Bräutigam und unser Publikum ist schon richtig gespannt auf den geilen Augen. Vater-Muchter-Tanz und Bräutigam mit Dr. Vater-Muchter-Tanz und Bräutigam mit Dr. Vater-Muchter-Tanz und Bräutigam mit Dr.